Grüezi miteinander. Suchen Sie eine helle Wohnung mit einer grossen Terrasse, um den Feierabend zu geniessen? Sind Sie bei uns an der Talackerstrasse 29 genau richtig? Kommen Sie mit, ich zeige es Ihnen. Das erste Highlight dieser Wohnung ist sicher der direkte Liftzugang, einfach mit dem Schlüssel drin und schon ganz los. Alternativ ist natürlich auch das Treppenhaus verfügbar, wo man so in die oberste Wohnung kommt. Die frisch sanierte Küche verfügt über einen sehr grossen Führerschrank mit einem Tiefgeführfach. Die Geräte sind alle auf dem neuesten Stand der Technik. Glaskeramik, Geschirrspüler, was natürlich sehr gut ist in so grosse Fenster, die viel Tageslicht in die Küche bringt. Das Badezimmer verfügt über einen Plattenboden, wie ein grosses Fröneli, eine Badewanne. Das grosse Fenster, weil es viel Tageslicht und Frischluft ins Badezimmer bringt. Nebst den zwei grossen Zimmern ist sicher das Wohnzimmer mit einem speziellen offenen Grundreis eine weitere Besonderheit dieser Wohnung. Aus dem Wohnzimmer führen zwei Ausgänge direkt auf die grosse Terrasse, wo man den Feierabend geniessen kann und viele Energietanken am Wochenende für den Arbeitsalltag, die im Moment wieder stattfindet. Falls die Wohnung sie angesprochen hat und Sie sie gerne besichtigen würden, kontaktieren Sie uns doch. Ich zeige sie Ihnen gerne. Ich sehe sie ihm. Immer wieder. Vielen Dank.